Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Braunbiersuppe. Die Braunbiersuppe ist ein Rezept aus dem um 1920 erschienenen Kochbuch der Oma des Verfassers. Für vier Personen werden folgende Zutaten benötigt. 1,5 Liter Braunbier, 4 bis 5 Eigelb, Bio-Zitrone, 40 Gramm Stärkemehl, 5 bis 10 Esslöffel Zucker. Folgende Utensilien werden benötigt. Topf, Schüssel, Sparschäler, Schneebesen, Schöpflöffel bzw. Kelle. Zubereitung Von einer heiß abgewaschenen Zitrone ein Stück Schale mit dem Gemüseschäler abschälen. Das Bier in einen Topf geben und das Stück Zitronenschale zufügen. Circa 20 Minuten köcheln lassen. In einer Schüssel die Eigelb und die Stärke mit dem Zucker schaumig rühren. Die Suppe nach dem Kochvorgang mit einem Schöpflöffel unter permanenten Schlagen Poi a Poi zufügen. Die Suppe mit Zitronensaft abschmecken. Als Beilagen eignen sich Schneeklöschen Diese Varianten gibt es Zusätzlich mit einer Prise Zimt würzen. Statt Braunbier Malzbier verwenden. Weitere leckere Rezepte rund um eine Biersuppe. Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit! Auch bei den Kopien attributeden sie auf dem Bild Gl cadmus in der Gelapfugewan. Die Spiegeblüche Zeit